Jo, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wer meinen Kanal noch nicht kennt, ich mache täglich, wöchentlich und auch monatlich Videos zu aktuellen Trends und News. Deshalb lohnt es sich auf jeden Fall bei mir jetzt aufs Abo-Knöpfchen zu drücken und auf jeden Fall jetzt das Video zu genießen. Viel Spaß! Der gute George Clooney wird nun 60 Jahre alt. Letzten Dezember wurde es klar, dass der Klima-Thriller The Midnight Sky auf Netflix laufen wird. Ein Schauspieler-Oscar als bester Nebendarsteller gewann Clooney im Thriller Siriana. Er sagt außerdem, dass er in der Zukunft noch sehr viel geplant hat. Nun ist es soweit, der AstraZeneca-Impfstoff ist nun freigegeben. Dabei wird sogar die komplette Priorisierung, also diese feste Vorrangliste, komplett aufgehoben. Es heißt also, dass es nach ärztlichen Ermessen geimpft werden kann. Auch für jüngere ist die Impfung möglich. Dabei die Impfkommission, es kann geimpft werden nach ärztlicher Aufklärung und bei individueller Risikoakzeptanz durch den Patienten. Mal gucken, ob der sich dann soweit durchsetzen wird, denn in der Vergangenheit kam ja recht viel Kritik über diesen Impfstoff. Eine traurige Nachricht haben wir natürlich am heutigen Tage auch mit dabei, denn der RTL-Moderator Jan Hahn ist nun gestorben. Der Moderator von Guten Morgen Deutschland ist nun verstorben. Der Guten Morgen war 2001 dreifacher Familienvater und vor der Kamera aktiv. Neben der Moderation von diversen Spiel- und Live-Shows war er von 2005 bis 2016 Moderator beim Sat.1 Frühstücksfernsehen. 2017 wechselte er allerdings in dieselbe Position bei RTL. Leider ist das Moderieren nun nicht mehr möglich. Mochtest du Jan Hahn? Schreib es mir auf jeden Fall jetzt in die Kommentare. Solltest du außerdem etwas schreiben, dann schreib gerne noch einen Hashtag Trend mit da hinzu. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Ciao!